Halten Sie sich gut fest. Guten Tag, verehrtes Publikum. Hoch, verehrtes Publikum. Ja, doch. Ach, darf ich bekannt machen? Protoni, das positiv geladene Teilchen des Kerngespanns. Meine Wenigkeit nennt sich Neutroni. Forschung ist ein echtes Abenteuer. Wir helfen bei der Erforschung von Materialien, die nötigen Informationen zu beschaffen. Und dafür braucht es uns beide. Protoni bildet die Vorhut. Und Neutroni erledigt den Rest. Ich befinde mich hier mit weiteren Protonen-Kollegen im Ring-Zyklotron. Der reinste Super-Chat, sage ich Ihnen. Oder ja, 230.000 Kilometer in der Sekunde. Falls jemandem schweig übel wird, ist es jetzt leider zu spät. Sie hätten das Kleingedruckte lesen sollen. Achtung, festhalten! Ich muss mich leider schon mal verabschieden. Adieu. Der Bleikloss ist mein Schicksal. I'm a poor, I'm a handsome cowboy. Was machen denn diese Sauerstoffatome hier? Sehen Sie das? Das ist ja die reinste Buckelpiste. Das muss sich Dr. Tamo melden. Tja, vielleicht nur ein kleiner Schritt für ein Neutron. Aber sicher ein großer Schritt für die gesamte Teilchenschaft. Damit muss ich mich von Ihnen verabschieden und meine Arbeit zu Ende bringen. Grüßen Sie Dr. Tavo von mir, falls er es schafft, Sie zu entminiaturisieren.